hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit mir der mann gleich und dem mann sofort daneben mir und dem buschi was sie was auf tigi was sie so also jetzt geht's los und da ist ein neuer was ist da schiefgelaufen mit dem sein erziehungsberechtigten muss man mal ein ernstes wird schwer so hallo hat jetzt aufkommen da ihr so also geht bei dir auch nicht so kann man bei mir konnte man bei mir auch nicht größer ziehen ein bisschen schade der hallo hat ja was gibt es in dem ich finde die flammen hier oben ich gebe dem was echt nur schocken wird sie mehr geben das ist ja voll langweilig weil ich wollte im außen was geben sieben oder acht von zehn und gedacht du würdest dem zehn geben oder so zehn von zehn ja ich gebe dem acht von zehn was sie kann mich nicht außer acht von zehn habe herr was sie wieso gehen sie und du schläfst in manchen videos ein so also so also cover finde ich nicht vier von zehn fünf und zehn aus finde ich nicht vier von zehn fünf vier jahren ja highland warrior zu mal daran an den highland warrior zuerst nicht warum also ich mit der 2 von 10 also sorry also ich gebe der dem highland warrior 15 ich bin dann mal weg ja das hast du super gemacht das hast du richtig gut gemacht du bist ein profi sehr gut gemacht was ist er mich nicht mehr zurück hier doch also ich bin jetzt eine so machen wir weiter mit der stoppage sofort holen sie mich dann mal wieder rein jetzt hier weil das die leute wollen mich sehen und sie sind eigentlich nur ein statistik so also hallo sofort ich bin hier hinten ganz hinten und die kamera hat mich trotzdem noch eingefangen das gibt es doch gar nicht okay also das ist immer mal die kamera ja was gibt es in dem ding da ich gibt dem 4 von 10 4 von 10 ich gebe der stopp ax oder jetzt mal ich gebe der stopp ax toll drei von zehn sind die schrecklich wie wäre es was sagst du immer einmal mehr als du so den hast du mit deinem ersten account gerade wenn irgendjemand nicht finde ich gerade wenn es und so zum beispiel mich finde ich oder so und er sofort macht sie dann fertig dann macht er den da so den klatschen oft so jetzt auf ja ja also was gibst du denn dem slow clap da her sofort was geben sie diesem slow clap was jetzt auf jetzt kommen sie ja sofort ich gebe dem 8% 8% und die und die 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 Schade. Was machen wir denn dann? Machen wir es doch einfach so? So. Also, ich bin jetzt der Herrgleich und ich mache jetzt... Es gibt die Wertung der Slow Club. Und zwar, die Wertung von der Gleich für den Slow Club ist eine 8 vor 10. Einer auch. Wo ist eigentlich der Washi jetzt wirklich hin? Wo ist denn? Leute, wo ist denn? Wo? 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 Wo ist denn? Wo ist denn? Ach, da bist du! Hallo, Washi! Sie waren längerer Zeit nicht da. So, also, ja. Dann, äh, mal... Wenn es euch gefallen hat, dann lass mal... War es wirklich eine Wertung von 10? Ja, was soll ich dem denn anders zu gehen? So, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare... Ciao! Und schaltet es nächstes Mal... Fortnite... Mit mir in den Helmgleich. Macht's gut, bis dann! Oh, tschüss!